guten morgen liebe traderinnen und trader es ist wieder soweit punkt 8.30 Uhr hier am heutigen dienstag zweiter handelstag der woche blicken wir wieder in die charts hinein heute in das cable in us dollar schweizer franken und den schweizer aktienmarkt den smi 20 das ist ich habe das jetzt auch gerade gesehen auch ein zufall dass ich den schweizer index und die schweizer währung drinnen habe aber ich denke das ist jetzt nicht weiter problematisch das kann man trotzdem beides zusammen als handelsideen mitnehmen alexander olaf schönen guten morgen und alle anderen die hier live zuschauen lade ich auch ganz ganz herzlich ein wenn sie eine wunschfrage haben einen wunschschacht haben elena guten morgen dann einfach hier im blog nein nicht dem blog im chat auf facebook mit meinem kopf bin ich gerade im blog weil ich den gerade gesehen habe also hier auf facebook einfach die frage stellen wenn sie eine frage haben oder wenn sie einen wunschmarkt mal analysiert haben möchten dass ich einfach mal drauf schaue und mal ein paar gedanken die ich so im kopf zu dem bild habe ihnen mitteile einfach raus damit hier in den chat hinein da kann ich das ganze auch mit anschauen also das hier zu den ja vorgehensweisen wie wir es gern haben und bevor wir hier in die täglichen handelsideen reingehen habe ich mal noch eine frage an die zuschauer gerne die live zuschauer das ganze hier beantworten aber auch im nachgang für all diejenigen die das ganze als aufzeichnung schauen weil die zeitbudgets sind ja immer unterschiedlich nehmen sie die frage ruhig auch einmal an geben sie uns gerne eine information ich schreibe ja jeden morgen hier im blog ich zeige ihnen mal kurz den blog eintrag also wenn sie den blog lesen möchten einfach auf die website von tickmill gehen hier oben tickmill.com auf deutsch einstellen hier oben das deutsch da finden sie alle informationen zu den handelsmöglichkeiten spreads die kontoarten und so weiter und so fort schauen sie sich das ruhig mal an da finden sie auch den blog und ich mache im blog mache ich immer wenn sie sich das mal anschauen obendrauf wenn sie sich den aktuellen blog auch mal anschauen so eine kleine zusammenfassung vom vortag wenn das den ein oder anderen interessiert dass ich den den vortag mal so ein bisschen zusammenfasse was mir aufgefallen ist oder was ich für wichtig empfunden habe um bestimmte sachen für später auch zu planen falls das interessant sein sollte einfach mal eine info dann lasse ich das in das webinar hier auch mit einfließen damit wir diese dinge für sie auch noch besser gestalten können sie ein besseres verständnis für die märkte bekommen weil das ist ja auch der grund weshalb wir das hier machen ihr erfolg liegt uns sehr sehr am herzen und ich weiß dass der erfolg durch wissen und erfahrung kommt und im bereich wissen und erfahrung kann ich ihnen helfen ich kann ihnen zwar keine erfahrungen geben die müssen sie selbst machen aber ich habe halt viel erfahrung mit den märkten wie man reaktionsweisen lesen kann und das sind so sachen die kann ich in diese kleine zusammenfassung auch mal mit reinpacken also wie schon gesagt wenn das gewünscht ist einfach mal entweder hier im chat oder auch im nachgang über die ganze geschichte an beziehungsweise wenn sie es gelesen haben auf dem ja foren beziehungsweise direkt im im chat unter das entsprechende video das ganze mal posten ob das gewünscht ist oder aber sie nutzen einfach hier die experten seite auf ticmel da können sie direkt drauf klicken und da können sie mit mir auch in kontakt reden hier fragen sie den experten und da können sie das ganze auch genauso einfach hinschicken also wer das möchte gerne da bin ich ja weiter offen für alles ludger auch die einen guten morgen so jetzt gehen wir mal in die handelsideen für den heutigen tag rein das ganze startet logischerweise obligatorisch mit dem risiko hinweist der handel mit devisen und cfds auf margin der kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren das zum risiko hinweis und als nächstes folgt wie soll es anders sein wir haben standard markt vorbereitung die nachrichten des tages morgen geht es erst so richtig mit den nachrichten los wir haben sind der wochenvorschau am freitag ja auch sehen können ab mittwoch kommen sehr sehr wichtige nachrichten jetzt hier immer noch so ein bisschen mehr oder weniger nachrichten lose märkte zumindest was den raum eu und usa angeht aber nichtsdestotrotz gibt es dort immer mal auch dinge die entsprechend die märkte auch etwas bewegen können und da zählen beispielsweise auch reden von fmc also notenbank mitgliedern dazu und da haben wir heute auch gleich zwei stück sie sehen sie hier um 15 30 19 30 aus den usa gibt es zwei reden dann kriegen um 22 30 die api rohöl lagerbestände auch das wird auswirkungen auf den preis haben können wir bekommen um 8 oder haben um 8 bekommen den erzeuger preisindex für deutschland das ist jetzt mal interessant wie die preise sich gestalten ist hier leider nicht aufgezeigt aber da können wir ja mal ganz kurz reinschauen was das ganze hier macht ich gehe einfach mal da auf die seite von investing.com kleinen augenblick ich ziehe die mal ganz kurz runter und da gehen wir mal kurz auf die nachrichten in den wirtschaftskalender rein und da gucken wir doch mal kurz was ist hier heute morgen auch mit gab so das ist diese woche wollen wir mal auf heute schauen und dann muss ich hier natürlich noch einstellen dass ich die zweit und erst wichtigsten auch noch haben will ich glaube die zweit wichtigsten reichen hier so dann führen wir das mal aus und dann schauen wir doch mal wie sich die preise hier entwickelt haben so was haben wir hier 8 uhr erzeuger preisindex in deutschland schauen sie mal prognose waren zuwachs von 0,3 prozent jetzt haben wir hier ein zuwachs von 0,5 prozent damit sehen sie die erzeuger preise werden langsam teurer das zieht so stück für stück an wir haben ja auch auf die spareinkommen in deutschland haben wir ja eine ganz schön ordentliche inflationäre wirken das heißt jeder der sein geld auf dem sparbuch liegen hat der wagt das ja in sicherheit oder wägt das in sicherheit aber er verbrennt eigentlich jeden tag ein bisschen geld weil einfach die inflation die in der eurozone ja bei gut zwei prozent liegt auf ihr sparbuch kriegen sie keine ahnung nix oder 0,1 prozent heißt sie verbrennen jedes jahr wenn es so ist 1,9 prozent von dem wert ihres geldes das sieht zwar auf dem konto noch schick aus aber sie kriegen halt weniger dafür zu kaufen und an solchen sachen sehen sie dass die inflation entsprechend auch anzieht also dass sie ja mal zum erzeugerpreis index index und das sozusagen auch ja mit dem blick auf die wichtigsten nachrichten für den heutigen tag wie schon gesagt morgen gibt es dann weitere nachrichten an dieser stelle und damit gehe ich mit ihnen mal in die charts hinein hier in die ja handelsideen für den heutigen tag ich fange an was habe ich offen us dollar schweizer franken hier auch wieder mit dem blick in den tageschart wir hatten die währung schon mal aus einem ganz ganz interessanten blickwinkel und da sehen sie auch dass das eine planung mit seiner währung durchaus sinn machen kann wie sich das ganze entwickelt weil schauen sie sich mal an wir hatten ja hier sozusagen diese bewegung hier diesen starken schub nach oben was hat der starke schub gemacht der hat erst einmal diesen abwärtstrend hier rausgenommen komplett weg ja übergeordnet das hier dieser große schwung der ist noch da der ist noch nicht negiert aber wir haben ja hier das ist ja überhaupt nicht so schlimm man kann ja auch immer den aktuellsten trend zum schrägen nehmen wenn er genügend platz also genügend raum zum schrägen entsprechend auch bild bietet heißt also gucken sie mal wir haben hier sehr sehr viel luft von oben nach unten entsprechend auch gehabt da gibt es auch gegentrends und wenn die genug raum zum schrägen bieten können sich dadurch ganz andere situationen ergeben so wir hatten jetzt hier diesen sehr sehr starken spike nach oben nachdem wir hier unten schön dieses umkehrsignal bekommen haben danach gab es eine korrektur wunderbar das ding nenne ich übrigens high spike wer das mal irgendwo anders im zusammenhang ließ das ist für mich ein high spike also ein starker schub nach oben mit ordentlich performance das ist die korrektur mustergültig hier in der flagge dann kam der ausbruch nach oben interessant weil hier oben war dann oder ist dann bei sowas immer die frage bildet sich denn nun aufwärtstrend oder nicht hier hat sich einer gebildet und der wird auch nicht gleich abverkauft das ist eine sehr sehr interessante situation an dieser stelle weil wir hier die chance waren weiter nach oben anzusteigen also das genau das was sie jetzt hier in diesem chart sehen das ist genau der punkt da sieht man der markt will nicht runter er wird nicht abverkauft wir kommen zwar noch nicht hier oben drüber hier oben ist ein bisschen zu der deckel drauf bei der 0 99 800 da will der markt noch nicht so drüber aber wenn er sich tatsächlich drüber etablieren kann dann haben wir anlaufpunkte hier oben zu diesem hoch was wir im august haben dass wir mal hier im chart was wir sehen auf dieser ebene die ich jetzt eingestellt habe wäre das mal der weiteste punkt zwischendrin gibt es noch tages hoch bei ungefähr einen schweizer franken dann haben wir 1,0044 und hier oben 1,00675 das sind mal so die marken die wir hier im raum haben wo tageshochs in greifbarer nähe entsprechend auch liegen und das sind punkte wenn der markt nach oben schiebt das ist durchaus möglich und hier sehen sie ja auch je nachdem in welcher zeiteinheit sie traden wenn sie die kleinsten zeiteinheiten nehmen dann ist es vielleicht auch interessant mal zu schauen was der markt hier oben macht also aus den kleinsten zeiteinheiten nach oben rein zu treten und dann zu sagen okay wenn er wenn er abprallt das kleine nach unten treten bleibt da stark dann sind sie halt mit dem trend nach oben gleich dabei und können früh genug rein aber da muss das eigene handels setup wirklich auch dazu passen weil sie wissen ja selbst in den kleinsten einheiten traden und das hehre ziel haben hier oben ranzulaufen das funktioniert nun mal nicht immer weil man entsprechend hier ja immer wieder auch trend brüche in den kleineren zeiteinheiten hat und da kann das ganze schon mal ziemlich schnell in die andere richtung laufen und wenn man dann emotional nicht gut genug dabei ist dann ist es einfach schwierig so ein trade auch durchzuhalten also das muss ja alles zusammenpassen oberseite haben wir besprochen was kann nach unten hin passieren nach unten hin ist es so hier war ungefähr der ausbruchsbereich also hier in diesem bereich hier irgendwo in dieser spanne hier waren die vielen schlusskurse das war so der schwankungsbereich also die 0 99 319 hier in diesem bereich das kann ein schwankungsbereich sein wo auch mal ohne weiteres korrektur unten ran kann und der markt dann wieder abprallt es kann unter umständen natürlich auch passieren dass er noch ein bisschen tiefer korrigiert also dass wir dann entsprechend ich mache jetzt mal ganz kurz diesen trendkanal hier weg dass wir hier entsprechend des trends halt eine korrektur gesehen haben die jetzt in eine bewegung übergegangen ist und diese bewegung die kann natürlich entsprechend auch korrigieren und ohne den trend kaputt zu machen könnte es sogar sein dass wir hier unten drunter laufen und bis dahin korrigieren ein stärke zeichen wäre es wirklich wenn der markt hier oben liegen bleibt und dann hier so eine ja ich sag mal so eine seitwärts range macht wie er es jetzt macht und dann einfach nach oben raus schickt aber man muss den blick nach unten auch immer ein bisschen somit richten was können wir zum richten benutzen wie schon gesagt hier dieses support level um die 0 99 319 beziehungsweise hier dann haben wir noch zwei tagestiefs bei 0 99 81 entschuldigen sie 0 99 181 knoten in der zunge und 0 98 98 6 das sind mal die tagestiefs die wir hier unten in diesem bereich mit liegen haben das sind mal die marken die hier stehen wie schon gesagt hier unten das aktuelle trend tief wäre bei einer tiefen korrektur auch noch anlaufbar nur dann sprechen wir über ganz andere handels set ups das ist dann das was hier heute definitiv nicht zur debatte steht so wo wir gerade mit der schweiz in kontakt stehen gehen wir gleich mal in den schweizer index rein hier das kürzel für den smi ist swiss 20 und das sehen wir hier im tagesschat auch liegen und ach ich sehe gerade meine güte schauen sie sich das mal an in der vorbereitung hier das war die tages kerze von gestern da war das abwärts signal definitiv da der markt lief gestern schön nach oben hat hier ein schönes hochgezogen und dann fups lief direkt nach unten eine wunderbare short umkehr kerze und jetzt gucken sie wo der markt aufgemacht hat mit einem gap nach unten und der schoss gleich durch das erste tagestief nach unten durch also steht jetzt schon wieder ordentlich nach unten hin in der bewegung so what that's life das kann man als trader entsprechend auch nicht vorhersehen das ist einfach so wenn sie mal schauen wie der chart ausgesehen hat als wir das letzte mal reingeschaut haben ich will ihnen das mal ganz kurz zeigen im blog bei ticmel klein augenblick da gehen wir direkt mal rein noch mal hier so hat der chart entsprechend gestern ausgesehen wo ich das ganze an das signal also gestern zum 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 handelsschluss sozusagen da war das signal so wie wir es hier hatten hier ist es hier ist der smi hier unten da war das signal dieses handelssignal und heute hat der markt zack nach unten geschoben direkt eröffnet passiert kann man nicht ändern ist aber überhaupt nicht tragisch weil wir haben ja verschiedene zeiteinheiten die wir hier entsprechend betrachten und jetzt ist halt der erste rutsch nach unten gekommen es ist halt immer schön wenn man relativ nah an so einem signal einsteigen kann ja hat jetzt hier leider nicht geklappt von der seite her müssen wir jetzt damit leben potenzial nach unten ist aber immer noch da heißt also wir haben hier ein paar tagestiefs vor uns liegen bei 8709 also ungefähr die marke von 8700 punkten und hier unten das nächste tagestief bei 8651 diese marke hier und hier unten haben wir das trend tief also das tief dieses aktuell laufenden trends bei 8580 punkten also ist nach unten hin schon noch einiges an potenzial mit da man muss halt einfach sehen was daraus wird der grund warum ich lieber hier solche signale sehr eng trade ist wenn ich diesen fluss nach unten mitreden möchte ist dass ich einfach mich deutlich enger absichern kann aber das was wir hier jetzt sehen ist halt deutlich starker verkaufsdruck und wenn der wenn der wirklich vorhanden bleibt dann können wir rücksetzer intra den nutzen um in den trade einzusteigen das heißt hier da ist noch nichts kaputt das können wir alles sehr schön nutzen wir blicken einfach hier mal entsprechend auch in die stunde rein und in der stunde sehen wir jetzt hier hier war ja gestern dieser dieser schub also vorgestern und gestern dieser schub nach oben dann hier die korrektur des ganzen jetzt steht dieser trend einfach wer das mal nackt betrachtet ja jetzt mal wirklich gap ausblenden gaps entstehen ja nur durch das sind ja nur zeitliche beschränkungen zeitliche lücken entsprechen was wir hier jetzt haben ist nichts anderes als ein abwärtstrend der weit in seiner bewegung steht hier hat man das letzte korrektur hoch sozusagen und jetzt steht der markt hat einfach hier unten das heißt er ist halt einfach nur ganz tief gelaufen gab hin oder her nackt betrachtet rein technisch es ist einfach nur ein trend der weit in seiner bewegung steht so was jetzt hier im erwartenden bereich liegt wäre die tatsache dass der markt jetzt hier irgendwo noch ein bisschen hinläuft viele werden jetzt sagen das gäbe das schließt er noch meine meinung dazu hatte ich ja schon geäußert ich habe überhaupt keinen plan ob der das geb jetzt schließt oder nicht keiner von uns weiß dass das ist eine reine mutmaßung aber was wir technisch für die planung des trades einfach jetzt machen können ist wir haben jetzt hier schönen abwärtstrend wir können diesen abwärtstrend wunderbar traden was wir im übergeordneten bild noch haben hier schauen sie mal das ist immer noch ein aufwärtstrend und dieser aufwärtstrend ist sozusagen bis ins hoch gelaufen gut man kann jetzt hier sagen das hier war noch mal ein zacken zwischendrin der ist jetzt auch gebrochen rum wie numm wir haben auf tagesbasis übergeordnet die abwärtsrichtung und die abwärtsrichtung gibt mir halt vor wenn der stundentrend wieder nach unten läuft habe ich gute chancen dass das ganze nach unten rumtritt das heißt hier für diejenigen diesen kurzfristigen bereich eine möglichkeit das zu traden wir warten einfach ein bisschen korrektur ab und traden dann aus der korrektur den rest nach unten mit und da haben wir ja entsprechend die anlaufpunkte im stundenchart sehen wir auch noch ein paar support bereiche hier was man sehen kann hier in diese richtung wo entsprechend hier dieser aufwärtstrend entstanden ist diese marke könnte ein support bereich sein dann haben wir hier unten dieses tief in der nähe von der 8700 punkte marke das könnte guten support sein und dann wie schon gesagt hier unten diese bereiche bis hin zum aktuellen trend tief da steht einiges offen und das können wir schön aus der stunde heraus mit traden also hier ist momentan ein markt der schön bewegung hat das ist das eine das zweite was aber auch passieren kann hier an dieser stelle ich habe ja auch immer mit den blicken so ein bisschen nach oben wenn wir solche starken muss nach unten bekommen und der markt hat irgendwann alle verkäufer abgewiegelt dann kann es natürlich auch mal zu einem rebound kommen wenn es ein starker schub kommt so eine starke bewegung ohne dass korrektur dazwischen möglich war und das sieht dann entsprechend so aus wenn wir in die kleinen zeiten einheiten gucken dass sich dann plötzlich ein aufwärtstrend bildet und wenn wir das dann sehen das heißt wenn hier so ein hoch rausgenommen wird wie wir es hier markiert haben in diesem bereich das ist dann das interessante wenn wir darüber schieben dann haben wir das thema aufwärtstrend liegen und das wäre dann wiederum interessant für den rebound trade also hoch spannend was hier gerade passiert bitte auf die watches legen da kann man im kurzfristigen bereich doch die ein oder andere münze aufs konto mit verdienen und damit gehen wir noch in das dritte währungspaar und zwar gucken wir uns jetzt mal noch das cable an britischer fund us dollar auch wieder hier jetzt nicht im fünf minuten chart sondern rein weg im tages chart erst mal das ganze hier zu sehen warum sehe ich das ganze mir jetzt auch wieder im tages chart an ich begründe ihnen das auch sehr sehr gern interessant ist die situation die wir hatten wir hatten ja hier den markt wo wir gesehen haben hier war das letzte hoch das letzte korrektur hoch sozusagen dann gab es den starken schub nach unten hier ist das korrektur hoch rausgenommen worden das sehen wir hier ganz klar das hoch war hier bei 1 32 9 77 so was haben wir jetzt hier weiter gehabt das hier ist entsprechend der aufwärtstrend gewesen der ist jetzt schon ordentlich tief korrigiert wurden es ging dann wieder hoch aber wir hatten hier ein zweites tief und diejenigen die sich so erinnern wie ich letzte woche im webinar am freitag so mal die 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 herleitung meiner einschätzung einer rumdreh eine umkehrformation im s&p 500 gemacht habe hier sehen wir das gleiche bild wir sehen ein bild wo wir kein höheres hoch gemacht haben wir haben ein tieferes hoch das heißt hier oben ist das ganze schon mal relativ schwierig weil wir sind unten abgeprallt jetzt laufen wir hier runter bildet sich jetzt hier ein abwärtstrend dann haben wir deutlich kursdynamik nach unten also das potenzial für weitere kursverluste ist dann entsprechend auch mitgegeben heißt vom prinzip nichts anderes als dass wir jetzt diese schwelle bei 1 29 246 genau im auge behalten müssen für die kurzfristigen trader bietet es sich einmal zu schauen ob es eventuell einen rebound gibt wenn es den gibt bietet sich die chance an dass der markt hier hoch läuft nach oben laufende kurse können dann hier in die tageshochs reinlaufen ich meine gestern war schon ganz schön weit nach unten gelaufen ob der das in einem tag einfach nach oben schafft i donno keine ahnung ich sehe nur in der vergangenheit gab es auch immer mal sehr lange kerzen also die chance ist durchaus gegeben heißt halt hier wenn man nur mal auf die tageshochs blicken haben wir die tageshochs über uns liegen bei 130 905 hier 131 039 das wäre dann diese kerze und dann bei dieser kerze haben wir die 131 317 im markt liegen wer hier ein bisschen mehr klarheit für die oberseite haben möchte der schaut einfach mal in den stunden trend und dann gucken wir mal ob wir hier ein bisschen mehr sehen und da werden sie sehen so wirklich viel mehr sehen wir nicht punkt es ist einfach fakt heißt also wir müssen jetzt damit leben wie der markt dort ist und wir können weil wir hier unten so eine schöne kleine bodenbildung sehen wenn der markt tatsächlich rumdreht können wir das im kleinen mal benutzen um die fünf minuten zu traden hier aus den fünf minuten raus weil da sehen wir diesen schub und wenn wir jetzt hier wir haben wir hier entsprechend ein tief gehabt doch mal ein hoch und dann diesen starken schub nach unten der komplett wieder aufgekauft wird wenn wir jetzt hier oben drüber laufen dann eine korrektur machen und sich dann einen aufwärts trend bildet dann haben wir so eine rebound chance dann haben wir die chance dass der markt nach oben geht und dann können wir hier im kurzfristigen bereich durchaus mal ein stückchen was wegschnappen möglicherweise läuft das dann auch sogar noch ein stückchen weiter dass sich so eine schöne umkehr kerze bildet die wir das hier unten hatten schöne kerze nach oben und dann lief das ganze hoch erst einmal bis hierhin bricht es doch nach unten durch haben wir den ersten anlaufpunkt hier unten bei 1 28 9 5 0 und dann sehen wir hier unten schon bei dieser tages kerze die wir haben da ist das tief bei 1 wo haben wir es liegen bei 1 29 0 34 also das hier unten meine ich dieses tief hier dass das ist dann der anlaufpunkt der nächste hier in diesem bereich das ist die marke die nachbruch nach diesen tiefs hier ja mal zwei tagestiefs liegen die kann dann entsprechend angelaufen werden bzw wenn sich das ganze dann noch weiter fortsetzt liegen wir dann hier unten also das heißt das ist dann schon mal hoch interessant zur unterseite mittelfristig kann sich alles entwickeln wir können auch abprallen und hier oben drüber laufen und dann nach oben laufen das kann alles passieren jetzt gerade aktuell haben wir die situation wo wir stehen sehr sehr nah an diese unterstützung und da ist halt entweder der bruch wenn schwächer reinkommt oder aber wenn stärker reinkommt der rebound durchaus möglich dass hier zu den heutigen handelsideen von der seite hier ganz ganz lieben vielen dank für ihre aufmerksamkeit ich wünsche ihnen gute trades einen erfolgreichen handelstag und wir lesen sehen und hören morgen früh wieder voneinander im blog geht es natürlich zuerst los also die early birds hier von ihnen die können direkt im blog mit reinlesen ist auch gut wenn man den blog immer mal so ein bisschen liest weil dann kann man halt solche sachen wenn der markt dann doch mal losläuft hier wie wir das beim smi gesehen haben dann kann man solche sachen schon etwas früher mit auf der uhr haben und vielleicht doch deutlich eher reingehen und die bewegung dann etwas nach unten traden weil wenn wir uns den markt hier mal anschauen es gibt immer wieder möglichkeiten ich meine hier ging es den knall nach unten aber nichts desto trotz wir haben auch einen schub nach oben gesehen wer sich das ganze ding in der minute entsprechend anschaut in den kleinsteit einhalten der kann dann schon den ein oder anderen trade im vorfeld machen das heißt gucken sie ruhig in den blog mal rein der steht aller aller spätestens 8 uhr für sie zur verfügung meistens ist es deutlich früher aber es kann auch mal sein dass etwas später wird und um 8 uhr 30 sehen wir uns dann hier im webinar ich freue mich drauf allen gute trades bis morgen auf wieder schauen tschüss hier